Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Video von Felix Goklabats. Heute wie ihr seht, oder warte ihr habt es ja noch gar nicht gesehen, ich filme heute aus sehr sehr vielen Kameraperspektiven. Um genau zu sein, sieht es viel. Schreibt mal einfach in die Kommentare, findet ihr es gut oder irgendwie unnötig. Aber es geht jetzt gleich weiter nach dem Intro. Viel Spaß! So Leute, ich bin da jetzt in Wien. Und naja, ich bin jetzt da etwas geordnet, einmal da. Bei meinem Papa. Und naja, ich bin jetzt da etwas geordnet, einmal da. Bei meinem Papa. Und naja, schau mal, was ihr machen wollt. Es war das Wochenende Donau in Süferschei. Auf jeden Fall haben wir kurz vorbei. Ich fahr jetzt noch einmal kurz um und ja, wir sehen uns dann wieder. Ciao! Das war meine Monster! Joaquee Klatsch Glas Das war die ich Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Leute, ich bin da jetzt im Wiener Prater. Jetzt ist es schon wichs, weil das Video ist zu finden gekommen. Sorry, es kommt aber heute am Abend. Ich bin jetzt da noch ein bisschen da. Bis zum Mittag oder sowas. Wir werden noch was essen. Dann geht es wieder ab nach Kärnten. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen da. Überraschst du da schon. Ruckst du ja. Also wir werden Wiener Prater eine Kenntnisamt von MSW Jahrmarkt oder wie man das auch nennen soll. Und ja, ciao. So Leute, ich bin jetzt noch immer in Wiener auf der Praterallee. Bisschen lustige Fahrräder. Ich weiß, was geschehen am Weg. Ich fördere übrigens mit dem Penny Pass. Wir bleiben als Penny Pass mit dem Slum Pass. Das ist mir bei jetzt ein bisschen aber auch egal. Leute, das war's. Jetzt haben wir schon. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht. Ist der Finger oben, wird man nicht loben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Checkt die beiden Let's Wills aus. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann. Ciao.